Das iMOOX-Logo, ein Smiley mit Brille. Farbige Würfel und der Schriftzug MECOMOOC. Einblendung von verschiedenen Szenen, PCs inmitten einer Bibliothek, eine Person arbeitet an einem Laptop, eine Theaterszene in der Schule. Der Einsatz von Medien macht Unterricht nicht automatisch besser oder schlechter. Vereinfacht gesagt, Medieneinsatz kann Vorteile, aber auch Nachteile haben. Es kommt auf die Qualität des Mediums und auf das Anwendungsszenario an. Betrachten wir als Beispiel die Präsentation einer Geschichte. Klassisch könnte eine Lehrperson die Geschichte einfach vorlesen. Eine Person hält ein Blatt Papier und liest es vor. Die Maus spaziert im Wald umher. Der Fuchs sah sie kommen und freute sich sehr. Hallo kleine Maus, wohin geht die Reise? Bei mir im Bau gibt's Götterspeise. Wenn die Lehrperson heiser ist oder nicht besonders gut lesen kann, könnte die Geschichte auch mittels Medium abgespielt werden. Eine CD wird von einer Lehrperson in einen CD-Player eingelegt und abgespielt. Die Maus spaziert im Wald umher. Der Fuchs sah sie kommen und freute sich sehr. Hallo kleine Maus, wohin geht die Reise? Bei mir im Bau gibt's Götterspeise. Schrecklich nett von dir Fuchs, doch ich sag leider nein. Ich muss schon zu Mittag beim Grüffalo sein. Die Qualität des Vortrags ist in beiden Fällen bescheiden. Der persönliche Vortrag und kein zusätzlicher technischer Aufwand sprechen noch eher für den direkten Lehrvortrag. Wenn die Lehrperson nun aber den Text mit viel Engagement in der Klasse vorträgt, werden die Kinder noch mehr zum Zuhören animiert. Eine Person trägt einen Text mit unterstützenden Gesten vor. Maus, wohin geht die Reise? Bei mir im Bau gibt's Götterspeise. Schrecklich nett von dir Fuchs, doch ich sag leider nein. Ich muss schon zum Mittag beim Grüffalo sein. Beim Grüffalo? Sag, was ist das für mich? Einen weiteren Mehrwert könnte die Untermalung mit Geräuschen bringen, welche von der Lehrperson aber live kaum zu leisten ist. Hier könnte der Einsatz eines aufwendiger ausgestatteten Hörbuches einen weiteren Vorteil bringen. Einblendung eines CD-Players und Blick in eine Klasse, in der eine Lehrperson einen CD-Player abspielt. Mein Grüffalo? Sag, was ist das für ein Tier? Den kennst du nicht? Dann beschreibe ich ihn dir. Er hat schreckliche Hauer und schreckliche Klauen und schreckliche Zähne, um Tiere zu grauen. Wo triffst du ihn denn? Gleich hier bei dem Stein. Die Frage, ist Medieneinsatz sinnvoll, kann nicht pauschal beantwortet werden. In jedem einzelnen Fall müssen Vor- und Nachteile abgewogen werden. Digitalität und Medialität sind keine Qualitätskriterien für Unterricht. Es kommt auf den Inhalt an. Medieneinsatz macht Unterricht nicht automatisch besser. Der Nachspann mit Quellenangaben und Produktionsdetails wird eingeblendet. Informationen dazu sind im Transkript detailliert aufgelistet. Zum Teil des Chat commandments haben wird gegültet inmiss los cowboy Springs 조ort. Jetzt könnte er geben bubbleguland.